Moin Leute, hier sind Alex und Sven von Kelsang Movement. Heute gibt es eine kleine Partner Challenge. Das heißt, ihr könnt das mit einem Kumpel zusammen machen. Es geht darum, ihr macht abwechselnd Dips als Pyramide und Elsit. Dips also mit 1 anfangen, dann ist der andere dran mit einer Wiederholung. Dann 2, dann der andere 2, 3 und so weiter. Solange wie der andere immer Dips macht, halte ich dann Elsit. Immer abwechselnd. Wir zeigen es euch einfach mal fix, damit ihr wisst, dies funktioniert. Musik 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 So, im Prinzip ist klar. Versucht mal auf 10 Wiederholung zu kommen. Das schafft es richtig gut. Also klar, bis zum nächsten Mal. Alex und Sven. Musik